Hallo liebe Schleckern, wir sind zu Hause. Heute kochen wir frittierte Innereien vom Ochsen mit einer Speckratat. Halt, halt, halt. Das ist doch viel zu fettig. Wie los, zu fettig? Na ja, Oma sagt immer, kochst du gerne einen Ochsen im Magenboxen. Aha. Hast du mal überlegt beim Kaffee, da steht doch immer groß drauf, Vakuum versiegelt. Ja und? Ja und, wo gibt's ein Vakuum? Im Weltraum. Aha, im Weltraum. Na jetzt überleg doch mal, wie wollen die denn das Vakuum vom Weltraum in den Kaffee kriegen, hä? Vielleicht saugen die das einfach ab, wie meine Abzugshaube beim Kuchenbacken. Leo, glaub mir, ich hab jeden einzelnen Quadratzentimeter vom Kaffee abgesucht. Da ist kein Vakuum drin. Ach, ich wette nämlich, es gibt kein Vakuum im Kaffee. Und jetzt kommt's. Das ist alles nur abgepumpte Luft. Warme Küche. 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 Vielen Dank.